so leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von the forest es ist samstag und wer es noch nicht mehr gekriegt hat immer donnerstag und samstag kommt jetzt the forest das projekt ein bisschen flotter umkriegen wenn nur einmal in der woche the forest kommt werden müssen langwierig ist ein vogel stirbt sorry also für alle noch mal sorry für alle tiere die wir in diesem projekt umbringen das ist einfach nur das spiel dass ich bin keine tiere in echt um ich mag die das ist das spiel nur dass ihr bescheid wisst wer die letzte folge noch nicht gesehen hat kann sie auf jeden fall mal angucken vielleicht wenn ich dann denke ist im infokasten verlinkt allerdings bin ich ein bisschen am vorprozieren deswegen weiß nicht ob ich daran denke so noch eins will ich sagen alle vorschläge die ihr bisher geschrieben habt in der ersten folge auf die konnte ich nicht eingehen denn wir nehmen direkt die folge jetzt auf also direkt nach der ersten folge nehmen wir die hier auf und dass ihr dahingegen auch noch mal bescheid wisst nicht dass ihr euch wundert warum die den vorschlag hier nicht annehmen nicht nutzen aber wie gesagt gerne neue vorschläge in die kommentare was brauchst du da was hast du da hingestellt was ist das ein snacklager ein snacklager alles klar alter dein baum schon wieder der fliegt da immer auf mich hält was ist das denn hilfst du mir natürlich oder wir sollen uns die ganze zeit recht weil ich muss wirklich mal essen machen alter es ist wichtig dass wir uns helfen weil sonst bekommen wir nicht so richtig vor allem projekt er muss ich drücken genau ich weiß auch gar nicht die ganzen sachen kraftet ist und so jetzt habe ich schon wieder zwei fleisch drauf ein holz ich sterbe ich habe durst ohne ende mein durst ist weg da ist einer hinter dir hinter dir ich kann nicht mehr rennen du musst du machen er dann weg online hat uns gefunden er holte seine ja das ist irgendwie eine frau alter was ist das denn was bist du für eine hallo er haut einfach mich so für die knochen ja ja du wirst die frau weil du willst du das essen drück eh lang drauf ein bisschen was kann ich gebrauchen dankeschön weil ich habe voll ich glaube eins macht komplett voll das ist ja aber trinken habe ich null ich habe da habe ich mal so dass wir haben ja jetzt diese schildkürten dieses ansatz oder ja wenn die sammler hier noch jetzt die sammler ok jetzt können wir hier was rein tun guck mal auch so da können wir landen ok was ist das was das links medizin das ist medizin so da uns nein nein das sind das sind schokoladen dinger sind das ja ich soll die knochen einsammeln perfekt oder ich habe noch eine 2 was machst du denn ich wollte ein vogel schlagen ich muss mir gerade richtig angst so tragen ziehe ich die zwei an dann habe ich so weiße balken guck mal wie ich aussehe jetzt sieht man das sieht man unterschied wow ein arm hast du beide arme ja ist man kann da noch 1 2 4 5 6 7 8 9 9 stück noch drauf und kann man den baumstumpf machen die bleiben da ich glaube schon also ich habe jetzt zwei stück habe ich zwei knochen rüstung man kann noch neun dazu also ne beim nächsten mal dass ich dir noch ein bisschen was das tut natürlich auch ein paar sicher dass wir hier aufbauen wollen ich sag ja nicht hier alles ich würde das jetzt erstmal hier lassen so damit wir so ein kleines lager haben aber tagsüber halt wirklich viel rumgehen bis wir dann gutes lager haben ich bin infiziert hast du den menschen gegessen ne da steht infiziert finde alle aloe vera um dich zu heilen ich brauche sauberes wasser um es zu trinken ich bin so durstig steht bei der to-do-liste findet timmy baut ein lager findet die vermissten flugzeug passagiere ok es wird jetzt sagen sie wieder dunkel auf warte ich jetzt eigentlich und ja wir müssen dann halt gucken dass wir schlafen abspeichern und dann wieder ein bisschen rumkommen das heißt wenn wir sterben können wir einfach vom speicherpunkt weiter wir müssen ziemlich oft speichern also ich kann dann einfach einen spielstand laden muss immer dazu sagen ja man hat gesehen wie das in die hose gehen kann ich bin richtig paranoia alter ich werde auch so viel ich werde auch so viel hatte ich muss wieder mal ganz kurz hier in die in die links rein ich mache die soundeffekte ich komme dich holen macht die soundeffekte und müssen alles war jetzt richtig creepy das ist einfach creepy creepy komm lass mal kuscheln das ist dunkel komm herr alter es ist dunkel es ist wirklich dunkel das war späuchern und erst mal speichern aber wo man schläft und jetzt können wir schlafen wollte er speichert nur was uns schlafen lassen schlafen jeder schlechte aber in seinem Haus bei mir ist wieder rausgegangen ooooh 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 was für ein wunderschön ach wir sind immer noch im wald ja also let's go wir machen uns aufbrechen warte mal warte mal ich muss essen vorher unbedingt oh ja ich auch stimmt hä bei den nacht verliebt man ja was äh hast du auch genug Snacks Medizin und so mit ich hab gar nix nimm dir mit du hast doch mein Fleisch geklaut hier Snacks und ach ich hab glaub ich auch noch ein bisschen was vor allem jetzt wo wir so ne scheiße Regen Ding haben ja ja das Regen jetzt nicht ist geil ne ja dann lass mal los jetzt aber ich muss was trinken egal ok wir gehen erstmal ein bisschen los ein bisschen aufbrechen wollen wir rennen ja ja immer ein stücken aber nicht so viel du musst dir auf jeden Fall ein bisschen Ausdauer halten sonst kann er mit der Axt nicht schlagen wenn wir dann solche Muluk sehen vor allem du lässt auch mich vorgehen alter ja ich kann auch gerne vorgehen ja 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 那 ja 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 Love, hey, hey Love, ooh Love, love, love Love, love, love Love, love, love Love, love, love Als ob, guck mal hier Was? Plus? Ähm Äh Ich glaub da sollten wir nicht reingehen Warum hat er bei dir auch das Feuerzeug? Ja, er hat Zaun in der Hand Alter, das ist ein Krokodil! Wo denn? Da! Siehst du die nicht? Oh mein Gott! Tatsächlich Scheiß! What the fuck? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Nein, wir können nicht weg! Nein, 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 ich kann nicht! Die kommen hier nicht rüber, ich kann nicht jetzt angreifen! What the fuck! Als ob's Krokodile gibt! Vor allem, ich hab halt echt ne halbe Stunde nicht mal geschafft, wo die sind! Alles! Ich hör was! Hast du auch gehört? Ja Ist das safe? Junge, ich hab so Angst! Hilfe! Hahaha! Es ist so laut! Oh mein Gott! Hilfe! Hilfe, da ist ein Krokodil unter mir! Was? Tatsächlich? Oh mein Gott! Lauf weg! Junge! Was? Ich seh das nicht mal! Ich seh gar nichts! Ihr das könnt's aber mir angucken! Ich hab's auch gesehen! Ich hab's gesehen! Oh mein Gott! Mir ist eiskalt! Mir ist eiskalt! Wir müssen zu den Zelten da gehen! Wir müssen speichern! Ich bin ganz glücklich! Oh mein Gott! Als ob es Krokodile gibt und die fressen uns! Was ist da rechts? Das sind keine Zelte! Das sind Büsche! Tatsächlich! Okay, da müssen wir selbst was aufbauen! Wir müssen jetzt was machen! Wir werden sterben! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib mal du! Wach mal du kurz! Speichern! Oh! Warte ich schlafen! Können wir beide hier schlafen? Mach mal! Natürlich! Wir können überall zusammen schlafen! Du warst bloß ein eigenes Haus damals! Alter! Oh warte! Ey Junge! Es geht nach einmal schlafen zwar kaputt, aber das mussten wir jetzt machen! Da ist ein Reh! Lass es mal killen! Als ob es hier Krokodile gibt! Nein! Fick dich! Warum geht mein scheiß Feuerzeug nicht weg? Wähl was anders aus! Wähl mal die Axt aus! Ja! Ich hab beides ausgerüstet! Also rück L! Ah ok! Danke! Das ist ein Sumpf! Das ist ein kleiner Sumpf! Können wir trinken bitte bitte! Ja! Echt? Ja! Dann bauen wir ein Baumhaus! Richtig! Hilfe! Hilfe! Mich hat was! Mich hat auch was! Warte! Das ist Wasser! Ist es nicht gut? Ja! Das kann gut sein! Trink nochmal! Das ist ein Fisch! Trink nochmal! Mach mal! Du besuchst keinen Trink nochmal! Warte! Wenn du wieder Scham bekommst ist es das Wasser! Ja! Ja! Fick dich! Aber mein Wasser füllt sich voll mein Hunger! Ja! Aber das ist nicht gut! Also das ist ja auch bei wenn du diese wenn du diese Mullucks Komm her! Töten! Töten! Wenn du die Mullucks isst dann füllt sich dein Essen auch voll aber Nimm du! Dann füllt sich dein Essen auch voll aber Du wirst halt da nach einer Zeit verrückt und vergiftet und was auch immer Hier ist einfach Schnee! sphere! 3 2 2 3 2 5 5 Wir sind einfach wieder hier. Alles klar. Waren wir hier nochmal? Jetzt sind wir echt fast bei unserem Zuhause. Stimmt. Wir sind einfach immer die Map gelaufen. Da wo ich gesagt hab, das ist mal... Das ist ne Falle. Bruh. Ich mach das einfach in Zeitraffer. Digga. So meine Freunde, wir haben eine Weltreise gemacht und finden einfach nichts. Aber wir können trinken. Es ist wirklich so schade einfach. Ich brauch gar nicht so viel zum Trinken. Wo ist das Feuer? Ist das Feuer weg? Die waren hier. Als ob. Das kann ja nicht einfach weggehen. Waren die Molux hier? Soll ich mal nach Mapku suchen? Warte mal. The Forest Map. Bilder. ALDER! Oh mein Gott ist die Map groß. Und die sind halt wirklich komplett rumgelaufen, ne? Einmal um die ganze Map. Jetzt ohne Schau. Such mal irgendeinen Fluss. Das sind übelst viele vor dem... Wo sind wir? Das ist die Frage gerade. Also nicht im Fluss. Such mal ein... Ist das Flugzeug gekennzeichnet darauf? Ne, aber das Flugzeug ist überall... das ist woanders immer. Das kann überall landen. Achso. Ich seh das Loch. Das Loch seh ich. Das riesen Loch. Aber da waren wir ja schon länger her. Das war schon sehr weit weg. Ja eben. Aber warte mal. Ich muss rausfinden wo wir sind im Moment. Da ist Moloch! Moloch! Wo? Da unten? Ja. Der kommt angerannt. Siehst du ihn? Wo ist der? Immer noch. Bleib stehen. Ich hör mehrere. Ich hör mehrere. Ja die sind beide unten. Zwei unten. Warte mal. Hier ist... Wir müssen weiter laufen. Ich muss... Wir müssen da hin gehen. Wir sind da genau auch. Lass die töten oder? Knochen. Die werden auch weg. Hä? Sind die weggegangen? Rechts sind die... Beide. Komm her. Alter. Schrei mich nicht an du. Hä? Hä? Was war das für eine Attack? Wo ist der andere? Da ist er. Boah der ist richtig schnell alter. Ich habe keine Ausdauer mehr. Hilf mir. Wo bist du? Wo bist du? Komm von hinten. Du scheiß Glatzkopf. Ich kann nicht mehr schlagen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich sollte nicht die ganze Zeit schnell rennen man. Wollen wir die jetzt mitnehmen oder liegen lassen? Lassen wir die ins Wasser werfen vielleicht. Ja wir können nicht jeden mitnehmen. Lassen wir die einfach wegwerfen. Nicht dass sie vielleicht irgendwie gefunden werden. Dann kann ich rausfinden wo die Map ist. Wir holen die hier hoch. Weil wir konnten nicht anders. Weil wenn dieser dieser Steg... Hilfe Hilfe. Bei mir ist einer. Bei mir ist einer. Hinter dir. Der geht dann da runter. Ist der behindert? Ist der behindert? Dann weg. Kannst du ein Lager bauen. Es wird mega dunkel. Oha. Mach du. Oha. Ich kann... Warte mal. Soll ich? Ich kann schon machen. Welches Lager dann? Ich mach mal. Vorübergehende Unterkunft. Mach du. Aber ich habe nichts. Wir haben keine Stärke. Scheiße. Wir sind im Arsch. Ja. Du hast es erfasst. Ups. Hab ich auch kaputt gemacht. Cool. Rennen! Ja. Zurückrennen bringt nichts. Hier ist nichts. Hier sind wir sicher. Hier ist kein Hai, kein... Nein! 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 Das Boot! Das Boot! Wir können doch im Schlaf... Schlafboot! Boot! Aber ich habe Angst da hinzugehen. Stimmt. Du bist so klug. Wir können ja recht aufs Boot. Das haben wir... Das haben wir... Zusammen sind wir stark. Aber ich kann nicht mehr. Wir müssen aber komplett rumlaufen. Hier ist es zu weit, das Wasser. Mal rum. Ist egal. Hey, hier ist das Wasser zu weit. Sicher? Nein, ich geh aber trotzdem hier lang. Ich lauf da jetzt nicht rum. Da hinten sind die Mullucks. Okay, los! Warte, ich bin doch nicht mal... Ich hab doch gesagt, warte noch. Schwimmen! Ich hab so Angst! Ey, im Wasser ist komplett tief. Oh mein Gott, ich hab so Angst! Oh mein Gott! Jetzt ist aber die Farbe wieder weg. Aber ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt sind. Die rote Farbe ist wieder weg. Alter, ich sehe nichts. Wer hier rote Farbe? Ja, wer hat noch rote Farbe drauf getan in dem Lager? Dass die uns nicht so richtig... Vielleicht ist er deswegen weggerannt. Ja, dass die uns nicht so richtig angreifen. Die anderen sind ja auch weggegangen. Wir sind nur hinterhergegangen. Digga, es ist halt echt so weit. Hilfe, ich werde angegriffen! Ich hab Leben verloren! Oh mein Gott, nein. Ich hab übelst viel, die Hälfte! Nein, oder? Ich hab keine Ausdauer. Oh mein Gott, ich hab grad so Angst. Ich bin halt noch voll weit hinter dir. Ich höre, ich höre was! What the fuck, hast du das gehört? Du machst mir grad so Angst. Junge, das war übelst laut! Das war so Geschrei! So Gelachgeschrei! Ich höre wirklich nichts. Was laberst du? Speichern! Alter, was ist creepy! Ey, mir ist so kalt, ne Gott? Lol, da ist ein neues Stuff gespawnt, ne? Als ob! Alter, mir ist so kalt! Lass mal hier schlafen, meiner zittert übel! Lass mal hier schlafen, schnell! Was? Ich krieg Schaden, weil mir ist kalt! Ja, warte! Ja, du musst sie! Wir müssen irgendwas bauen vorher, ganz schnell, aber jetzt! Ne, es ist doch wieder Tag! Stimmt! Warte, 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 warte! Vielleicht sind die Mullucks noch da? Die sind noch da, dann können wir die mitnehmen! Stimmt! Du bist so klug, Alter! Ohne Scheiß! Du bist echt! On point! Jetzt musst du warten, weil jetzt haben wir ein Problem! Warte! Wir brauchen unbedingt, warte mal! So, die Knochendinger kannst du nehmen, ich muss was trinken! Guck mal, wie viele, wie viele Dinge ich habe, wie viele Snacks! Ich habe auch genug, aber... Ich muss auch was trinken! Keine so, das war so! So, ich würde mal sagen, das war's jetzt von diesem Part! Wir speichern jetzt mal ab! Und sehen uns dann in der nächsten Folge! Haut rein! Lasst mir das nicht, wenn es euch gefallen hat! Schaltet nächsten Donnerstag auf jeden Fall wieder rein! Um mit dabei zu sein bei dieser Spannung bei uns! Wir sind krasse Typen! Nein, keine Ahnung! Ich würde sagen, bis dahin aus rein! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!